Und sie hat nicht gehalten. Die Marke von 16.000 Werten beim DAX drüber gesprochen. Solange der Markt oberhalb bleibt, ist alles in Ordnung. Das war eine erste Stop-Marke, die ich mal genannt habe. Für diejenigen, die im kurzfristigen Bild unterwegs sind, eine Marke, die entscheidend das Bild verändert. Wollen wir mal genau drauf gucken. Die 16.000er Marke beim DAX Index hier, die ist definiert worden durch natürlich hier vorne das Hoch, aber eigentlich mehr aus diesem Zwischenhoch vom 8. Mai. Denn danach gab es eine Korrektur. Und ich gehe noch mal ganz kurz in der Zeit zurück. Hätten wir einen Rücksetzer, der irgendwie sowas hier irgendwie abbildet, dann hätte man sagen können, das ist eine erste, eine zweite, eine dritte Welle, eine vierte Welle. Und anschließend kommt noch mal eine fünfte Welle. Und danach hätte man überlegen können, ob es noch mal nach unten geht. Aber vorläufig eben wäre das noch in der Nahkampf-Aufwärtsbewegung gewesen. So, das ist aber nicht der Fall gewesen. Wir wissen inzwischen, der Markt hat heute schon an der Marke eröffnet, ist dann auch sofort durchgefallen. Und damit ist das Thema für dieses noch vorläufige Aufwärtsszenario erstmal rum. Das bedeutet nicht notwendigerweise jetzt Sodom und Gomorra, dass die Welt jetzt zusammenbricht und die von mir mal in den Raum gestellte 18.000 nicht mehr erreichbar ist. Aber wir brauchen auf dem Weg dahin eine etwas andere Variante, denn direkt wird es nicht gehen. Deshalb hatte ich gesagt, wer also eng stoppen will, da ist diese Marke eine gar nicht so schlechte Entscheidungsmarke. Denn die eröffnet ein Umweg. So, jetzt wollen wir mal gucken, was für einen Umweg wir hier zu erwarten haben. Der typische Rücksetzerbereich für diese Bewegung, wenn das jetzt hier also die jüngste Bewegung eben sein sollte. Man kann ein bisschen über den internen Verlauf hier maulen. Aber wäre der Rücksetzerbereich eigentlich irgendwann was in diesem Bereich? Das wäre in der Oberseite vielleicht so die 15.660, 15.700 so in etwa. Irgendwas in diesem Maße wäre dafür realistisch mit Chance, dass es noch ein bisschen tiefer geht. Das muss nicht unbedingt sein, wo ich mir allerdings relativ sicher bin, wenn eine Marke durchstoßen wird, dass dann nochmal ein ganz neues Türchen aufgemacht wird. Und das führt uns dann vielleicht tatsächlich in die von mir mal ursprünglich genannte Marke von 13.800. Die halte ich für im Moment aber noch nicht wirklich die zwingende Marke. Also im Moment bin ich da noch lokal und gedanklich weit von entfernt. Aber das war ja mal eine Rücksetzermarke, die wir im ganz großen Bild dann nochmal auf dem Plan haben. Aus meiner Sicht ist das allerdings irgendwie eine ganz eigenartige Marke. Das ist die hier aus dem Tagesschart. Die will ich jetzt nicht nochmal erklären. Ich habe es mehrfach schon erklärt, warum die zustande kommt. Der Markt ist sehr dicht rangegangen, ist aber seitdem ja doch überhaupt nicht korrektiv, sondern durchaus stark nach oben gelaufen. Deshalb ist mein vorzügliches Bild nach wie vor erstmal die Aufwärtsseite. Für die ganz pessimistisch Auf- oder Eingestellten, erst wenn der Markt da durchgeht, dann werden Szenarien wie die 8.000 wieder irgendwann mal relevant. Aber im Moment ist das überhaupt kein Thema, denn solange wir hier nicht mal angreifen, müssen wir über die 8.000 nicht reden. Sind wir immer noch, auch mit diesem Rücksetzer, den wir aktuell haben, allerdings mit Umweg in Richtung 18.000er Marke vorzüglich unterwegs. So, also das mal als Hintergedanke. Die, die länger hier mit dabei sind, wissen natürlich, nur wenn man mal eine Marke aufruft, ist das nicht der Hinweis. Da musst du aber in dieser Sekunde dann auch einsteigen. Keine Frage. Ich sage ja immer wieder, wenn wir alte Hochmarken, Entschuldigung, hier alte, in dem Fall ist Allzeithoch, also höhere, alte Marke können wir nicht kriegen. Wenn wir die durchstoßen, gibt es immer wieder Rücksetzer. Dass das jetzt so knapp war, das kann man natürlich nicht sagen. Das hätte auch ein bisschen weiter. Ihr seht, hier ging es ja auch ein bisschen weiter. Hier ging es auch noch mal zwei Wochen weiter. Aber dass irgendwann ein Rücksetzer hier erst mal erfolgt, ist nicht so atypisch. Und wir ist auch für dieses Bild hier oben überhaupt nicht kritisch. Ich springe mal so zwischen den Zeiten. Also diese Bewegung hier, anschließende Korrektur und anschließend dann eben sowas. Damit müssen wir rechnen. Das hatte ich ja mehrmals schon aufgezeichnet, dass das gängige Bilder sind. Und wir sind offensichtlich jetzt in einer Korrektur. Bleiben wir im 4-Stunden-Chart ganz kurz. Ihr seht, ich wechsle jetzt die Zeiten ganz flink, aber damit ihr das gut sehen könnt, mache ich es immer groß. Nächste Zielmarke ist irgendwo so 15.700 bis zur Not 15.300 rein, so in etwa. Was ich mir als eine besondere Marke noch mal gemerkt habe, ist diese grüne Marke. Die grüne Marke repräsentiert quasi die Größe dieser Korrektur hier. Und da wir hier, jetzt sehen wir da nur einen Teil davon, aber hier ja eigentlich diesen Zyklus abgeschlossen haben, dass die große Korrektur dieses Anstiegs war. Möchte ich hier jetzt eigentlich eine Korrektur haben, die kleiner ist. Kriege ich eine, die genauso groß ist wie die, dann passt mein Long-Bild mit dem direkten Weg nach oben nicht. Das heißt, solange wir oberhalb dieser grünen Marke bleiben, wären Rücksetzer, egal wie die jetzt konkret aussehen, erstmal völlig in Ordnung auch für das bullische Bild. Da müssen wir uns noch keine echten Sorgen machen. So, aber über das will ich jetzt nicht tiefer gehen, sonst wird das wieder so ein ewiges Video. Das gucken wir uns dann noch mal in Detail an. Vielleicht mache ich dazu noch mal ein Extra-Video. Für all diejenigen, die jetzt kürzerfristig unterwegs sind, zum Beispiel heute Nachmittag oder in den nächsten Stunden unterwegs sind, da der tolle Hinweis auf diese Bewegung, die gefällt mir hervorragend. Und zwar nicht aus Sarkasmusgründen, jetzt gegenüber der Long-Seite. Die Long-Seite ist ja entweder schon gestoppt oder aber noch voll offen, solange wir nicht durch diese Marke hier gehen. Also da müssen wir jetzt auch nicht schimpfen oder stinkig sein, wenn er mal runter geht. Das ist ja ganz normal. Aber wenn wir uns diese Bewegung angucken, die ist ähnlich. Ich zeige noch mal ganz kurz, das ist eine steile Bewegung. Das ist eine ganz klar korrektive Bewegung mit diesen vielen Überschneidungen, mit Erwartungshaltung, dass das, was vorne ist, mindestens noch mal kommt mit Chance auf mehr. So, das haben wir jetzt hinter uns. Jetzt haben wir eine neue starke Bewegung. Diese Bewegung ist eine sehr, sehr starke Bewegung. Bewegung mit Gaps kann man eigentlich nicht toppen. Das sind die stärksten Bewegungen, die es in irgendeiner Form gibt. Das heißt, das ist jetzt die starke Bewegung und die weist eben nach unten aktuell. Das heißt, ich warte jetzt darauf, dass wir früher oder später, wann, weiß ich nicht, aber irgendwann werden wir mal eine Gegenbewegung bekommen und wenn wir diese in den nächsten Stunden bekommen, dann haben wir eine realistische Chance, dass nach dieser Korrektur der Kurs eben noch mal nach unten geht. Ich weiß, einige sagen immer, ja, die Gaps werden doch gerne geschlossen. Ich finde diesen Anstieg bis dahin, na gut, wenn er jetzt korrektiv da hoch geht, wäre schon auch denkbar, dann wäre das trotzdem natürlich das, was wir hier haben, noch mal nach unten und ihr kennt das, der Trigger für mich ist dann, also der Auslöser, wo ich dann sage, okay, das ist jetzt der Hinweis dazu, das wäre dann so eine Marke. Ob dieses Gap geschlossen wird, also ich würde niemals sagen, geht doch hier long, der schließt das Gap noch. Boah, sau gefährlich, das hätte man hier vielleicht vorher schon ein paar Mal versucht und dann wäre man jetzt ganz mit dem, ja, ganz schlechten Gefühl unterwegs. Also insofern, im Moment bin ich auf der Suche nach Shorts, aber nach dieser starken Abwärtsbewegung brauche ich eine Korrektur, um mich dann eben auf der Short-Seite wieder reinzunehmen. Also dafür messt ihr vom höchsten Punkt zum tiefsten Punkt. Im Moment wäre das der, dann habt ihr hier irgendwie einen Fibonacci-Bereich und dementsprechend da, in diesem Bereich, läuft das eben sehr, sehr gerne. Das wäre meine Zielmarke für die Korrektur, um dann nochmal einen Zwischenschort zu machen. Das kann man auch, wenn man übergeordnet long ist und wir zwischendurch mal einen Short reinsetzen, entweder einen komplett eigenständigen Kontrakt oder macht einfach mal ein Future-CFD-Hebelprodukt einfach mal in diese Richtung. Ihr könnt ja gegebenenfalls, wenn ihr das denn mögt, eure übergeordnete Position long lassen, denn wie gesagt, an dem übergeordneten Bild ist im Moment nichts auszusetzen. Es ist dieser Rücksetzer, den wir hier sehen, ist im Prinzip so ein Pandor zu diesem, der ist hier sehr klein oder zu diesem hier. Ich würde sagen, dass er kleiner sein sollte als der, den wir im März hatten oder Februar, März hatten, eine Nummer kleiner, denn möglicherweise ist diese Korrektur abgeschlossen und wir sind ja auf dem Weg nach oben. Erst wenn wir da durch die grüne Marke gehen, wie gesagt, dann müssen wir deutlich damit rechnen, dass es dann noch über 1000 Punkte tiefer geht, irgendwo in diesen Bereich da unten rein. Das würde ich dann zumindest als vorzügliches dann ansehen, aber das ist, wie gesagt, aktuell nicht mein Lieblingsszenario von den Wahrscheinlichkeiten. Ein bisschen abwärts also ist noch völlig in Ordnung, was natürlich auch sein kann und das ist vielleicht für mich jetzt nicht so schön, weil ich würde gerne inzwischen Short ja machen, wenn ich eine Gelegenheit kriege. Wäre es möglich, dass das insgesamt eine Korrektur ist, die eigentlichen Seitwärtscharakter hat? Ja, dann würde ich hier eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr erwarten, dass ich hier so viel Gegenbewegung bekomme. Also nehmen wir mal an, wenn der Kurs geht direkt hier irgendwo dahin, in dem Bereich dieser Unterstützung, in dem Bereich des letzten Tiefs, also irgendwo 15.600 irgendwas, also direkt ohne jetzt noch irgendwie einen Zwischenstopp, dann besteht die Chance, dass das diese komplette Korrektur ist. Das ist nicht mein Lieblingsbild, weil sie sehr breit aufgestellt ist gegenüber dem, was wir hier vorne haben, aber ganz ausschließen würde ich das natürlich nicht. Wenn das passiert, dann ist die Chance, dass wir hier sogar wieder einen Impuls nach oben kriegen, also eine starke Bewegung und die nächste Korrektur ähnlich wie hier, dass das hier runter hier im Index ist nicht ganz so deutlich. Wir hatten es damals ja im Future als einen Trade mal angesprochen beziehungsweise umgesetzt hier Schub nach oben wackelig runter. Das war quasi dieses alte Bild. Das könnte dann natürlich hier hinten dann auch wieder passieren. Also entweder der direkte Marsch, bleiben wir aber zeichnerisch jetzt hier, das ist vielleicht ein bisschen einfacher, hier runter und dann Schub hoch wackelig runter für neue Einstiege, so ähnlich wie das ist. Wenn er uns diese Zwischenlösung nochmal gibt, die ich eben angesprochen habe mit wackelig hoch, ist mir das durchaus lieb, dann werden wir danach nochmal runter gehen, also ähnlich diese Bewegung, die wir hier vorne haben. Ich kriege sie jetzt leider doch da, den da, da hinten nochmal runter. Also das würde uns dann genau in diese Box dann entsprechend da reinleiten. So wie das durchaus passend ist. Also noch nicht ausgestanden das Ganze. Ihr müsst mit mehr abwärts rechnen, aber wie gesagt, wir haben gestern mehrfach drüber gesprochen, auch oder die letzten Tage, dass dieser Rücksetzer passieren kann und wo die entsprechenden Marken sind. Gucken wir uns den Dow Jones an. Da hatte ich euch einen Trade vorgeschlagen, eine Idee, nur im Video, nicht als konkrete Handelsidee. es war nicht so 100% sauber dieser Anstieg, aber wenn der Kurs, das sah damals noch so aus, so in etwa, wenn der Kurs hier durchgegangen wäre, wäre das unser Long Trigger gewesen. Ihr seht, das ist der Vorteil der Triggerlösung. Die ist natürlich immer ein bisschen schade, da kommt man so spät rein, aber der Markt hat es halt nicht getriggert und dementsprechend natürlich die Long-Seite hier nicht zu machen. Der Kurs ist nach unten raus und damit ist die Long-Idee dann auch wirklich futsch. Also ihr seht, es ist wichtig, das müsst ihr ja nicht genauso machen, wie wir das machen. Ihr könnt ja andere Varianten fahren, wenn ihr das möchtet, aber es ist wichtig, die Überlegung mit den Triggern hat den Vorteil, dass ihr, wenn ihr sagt, ich habe eine ganz windschnittige Idee, dass ihr die anderen Marktteilnehmer testet, ob sie da drauf abfahren oder eben nicht. Meine Idee hier, da ist keiner drauf abgefahren, da stand ich ganz alleine da oder zumindest mal die Mehrheit hat sich dagegen entschieden, die Geldmehrheit zumindest mal, hat sich dagegen entschieden und dementsprechend bin ich hier nicht long gekommen, obwohl ich doch diese Idee hatte. Aber das ist ein Angebot, ich habe es dem Markt gemacht, wenn ihr wollt, mache ich mit, der Markt wollte nicht, also habe ich nicht mitgemacht. So, jetzt sind wir aber da angekommen, wo wir wollten, das ist jetzt noch meine alte Skizze hier, die können, ich lasse jetzt hier nochmal drin, aber wir sehen, wir sind jetzt in dieser Box angekommen, die wir ja schon seit, theoretisch seit ein paar Wochen hier immer wieder angesprochen haben, dass eigentlich der Kurs dann nochmal rein sollte. Das heißt, der Markt hat jetzt nichts Doofes gemacht oder komplett atypisches, er macht jetzt genau sein typisches Programm, dass er da gerade abspult, nämlich in diese Kiste eben reinfahren, erst wenn er da drunter geht, also 32.700, finde ich völlig unkritisch. Je tiefer er davon abweicht, da muss man sich dann natürlich überlegen, was ist denn der Plan? Ja, also das sollte er nicht machen. Allerspätestens bei 32.236, ich rede vom Future Course, würde ich mir allerdings ernsthafte Gedanken machen, ob überhaupt die Bullen hier noch irgendwas zu Kamellen haben oder ob die abgesagt haben. Also, Rücksetzer bis dahin, diese Zone noch, 32.800, 700, 600, zu nur noch 500, finde ich nicht wirklich schlimm. Muss jetzt nicht so tief, aber wäre noch völlig in Ordnung. Als normale Korrektur dieses Anstiegs, diese Bewegung, wäre jetzt kein Drama. Würde übrigens auch noch zum Übergeordneten passen, hier der Indikator, sagt ja auch, langsam aber sicher, können wir wieder. Das heißt jetzt nicht, dass es in diesen Minuten losgeht, das zeigt nur an, mal gucken. Ja, also es ist kein, der Indikator ist nichts anderes als ein Indikator. Der sagt nicht, ob es so passiert, der sagt nur, man könnte sich mal in diese Richtung überlegen, aber warte auf Anzeichen. Das ist vielleicht eine ganz gute Wortwahl. Im Moment haben wir wieder auf Tagesebene, das könnte ja sein, dass man sagt, haben wir hier vielleicht eine Wendekerze, haben wir noch nicht auf Tagesebene. Also überhaupt kein Anlass hier auf die Kaufseite zu gehen im Übergeordneten. Haben wir eine im Vierstunden Chart, dazu muss ich mal mein Geklär wegmachen, haben wir auch im Moment keine Wendekerze. Also es gibt insofern keine Wendekerzen. Hier hatten wir zum Beispiel so einen Hammer, ihr seht das, kleiner Körper oben, langer Tail unten, ich mach es nochmal groß. Das sind so Wendekerzen, sowas hier oder sowas hier. Wenn wir hier eine kriegen jetzt, wir sind in der Box drin, der Indikator sagt das, dann ist das auch ein möglicher, ein bisschen aggressiver, aber ein möglicher Einstieg, wenn er die Wendekerze nach oben raus toppt, dann sagen, komm, ich versuche es jetzt einfach mal, so tief komme ich nie wieder rein. Wenn der falsch liegt, dann habe ich halt ein Verlusttrade, aber mit einem relativ kleinen Risiko, weil die Bewegung natürlich da relativ schnell dann eben gestoppt werden würde, zumindest mal nach einem normalen Regelwerk, was ja häufig dann ja bei den Kerzencharts dann eben angewendet wird. Also ihr seht, es ist alles noch im, so rot es ist, es ist im grünen Bereich, wenn man so will, oder im blauen Bereich, um es mal literally hier zu nehmen, buchstäblich zu nehmen. Also insofern alles noch völlig in Ordnung. Es ist der Bullenmarkt noch nicht abgesagt. Abgesagt zumindest, also hier das Pandor zu 18.000, wäre hier die 38.000 beim Dow. Abgesagt wird er vielleicht, wenn wir die 32.290, 80, 70, irgendwie sowas durchstoßen. Dann mache ich mir doch Gedanken, naja, da geht es erst noch mal deutlich tiefer. Da müssen wir mal gucken, was da passiert. S&P ist ebenfalls eher noch auf der bullischen Seite, wobei ihr wisst, ich habe mit dem Bild meine Schwierigkeiten. Vielleicht ganz interessant, was wir hier haben, nach diesem Anstieg, den wir hier hinten im hinteren Teil seit März hatten, seit dem Anstieg wäre es denkbar, dass das, was wir hier im hinteren Teil haben, eine 3 Welle runter, eine 3 Welle hoch und hier hinten noch mal ein 5 Welle runter ist. Insgesamt also ein Flat. Viele von euch wissen inzwischen, was ich damit meine. Flats sind abgeschlossene Korrekturen, also auch hier wäre der Rücksetzer bis ungefähr 40, 90, 80, 70, 60 völlig typisch und zur Not kann er auch noch bis 4000 oder knapp da drunter gehen. Aber so viel tiefer würde ich es eigentlich nicht sehen wollen. Also meine Wunschbox, um das so ein bisschen, Wunschbox ist auch witzig, aber so ist eher so der Bereich, damit es nicht zu viel unterschießt und so weiter, dann passt das von den größten Verhältnissen dieser A, B, C noch ganz gut. Wer jetzt sagt, das habe ich noch nie so gesehen, wie tief kann das gehen? Gehen wir mal auf den Index und wir haben ja hier, das Corona-Tief ist ja nichts anderes. Dreiwellig runter, dreiwellig hoch und eben das Ding. Also das kann durchaus tiefer sein als die Marke. Das, was ich da jetzt oben gezeichnet habe, ist quasi, ne, hier beim S&P ist dreiwellig runter, dreiwellig hoch und hier hinten nochmal das. Also das darf auch da runter gehen. Aber wie gesagt, das sind so Orientierungspunkte. Die 4000 ist keine Killermarke, aber ich würde es eher da oben verorten, so von den Größenordnungen. Eine Killermarke ist für mich aber definitiv 3920, wenn er da durch ist, sind die Wahrscheinlichkeiten so schlecht für den Wohlenmarkt, dass ich dann auf einmal diese Marke in Gefahr sehe, das ist die 3790 und sogar da unten die 3500 nochmal in Erwartung ziehen würde. Aber das müssen wir noch nicht heute diskutieren. Im Moment sind Rücksetzer, wie genannt, durchaus nicht untypisch. So, ganz kurz auf dem Nasdaq. Da bin ich nicht so hundertprozentig glücklich mit den Pattern hier. Interessanterweise gab es hier zum Wendepunkt sogar noch einen Bornbar. Der ist aber schon ja fast im Ziel. Also da kann man jetzt nichts mehr machen mit großartig. Trotz alledem, Rücksetzer hier erstmal, okay, ich will gar nicht auf dem Tagesschart so sehr raus. Eine Anregung für diejenigen, die Intraday handeln, diese Bewegung maßt oder lässt doch Mut maßen. Seht ihr das so ungefähr? Dass das ein Fünfweller ist, ein Impuls. Und wenn das ein Impuls ist, so ein Fünfweller, dann müsste es doch irgendwann mal eine Korrektur geben. Ich zeichne die mal im Vierstundenchart an. Das wäre quasi, das wäre dieser starke Fünfweller. Nehmen wir mal an, der ist jetzt bald in der Pause, mal zu Ende. Dann wäre eine Korrektur in diese Zone. 13.724, 13.840 von mir aus. Das wäre hervorragend, um nachher, Trigger wieder, so wie ich es jetzt so häufig erklärt habe, das kriegt ihr hin, hier dann nochmal die Short-Seite bietet. Also alles noch im komplett normalen Rahmen. Auch dieser Rücksetzer hier, wenn das so ungefähr so aussieht, lieber wäre es mir, wir bleiben über der 13.350 hier, damit wir nicht zu viele Überschneidungen kriegen. Das würde durchaus die bullischen Bilder noch aufrechterhalten, wenn wir da durchgehen. Das ist vielleicht so ein bisschen das Pandor zu dem, was ich bei den anderen Indizes gesagt habe, wo ich gesagt habe, das wäre jetzt nicht so schön. So, ich hoffe, ihr fand es aber schön, was wir besprochen haben. Ich hoffe, dass ihr nicht über die Idee oder die Richtung im Moment flucht. Denkt immer dran, wenn ihr eure Position offen lassen wollt, das ist völlig in Ordnung, kann man ja machen, habt ihr immer die Möglichkeit, auch mal auf einer kleineren Zeitebene gegebenenfalls eine Gegenposition auch als Absicherung mit reinzunehmen. Das geht ja immer und wie gesagt, noch ist das bullische Bild nicht kaputt, aber es scheint im Moment in der Pause zu sein und dementsprechend, wer es nicht aussetzen wollte, dem hatten wir gestern schon ein bisschen stoppmäßig da geholfen, wer es aussetzen will. Er weiß jetzt ungefähr, in welcher Größenordnung diese Rücksetzer noch in Ordnung sind. In diesem Sinne euch alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.